Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von programmieren-starten.de. Mein Name ist Janek Brün und das hier ist der bereits zweite Teil unseres Git Crash-Kurses hier auf YouTube. In diesem Video wollen wir Git mal installieren, sodass wir auch damit anfangen können, mit Git zu arbeiten. Nicht nur das, wir werden Git einmal installieren und dann werden wir es auch so einrichten, dass unser Name und unsere E-Mail-Adresse richtig eingestellt ist, sodass wenn wir Commits in der Zukunft machen, dass dann auch immer unser Name und unsere E-Mail-Adresse neben diesem Commit dran stehen. Das werden wir in diesem Video machen, ist also ein sehr, sehr wichtiges Video für diese Serie und ja, ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Bevor wir Git installieren können, müssen wir das Ganze natürlich erstmal downloaden und keine Sorge, der Download ist vollkommen kostenlos. Die offizielle Website, auf der wir Git downloaden können, ist git-scm.com Und auf dieser Website können wir uns das Ganze jetzt eben herunterladen unter dem Tab Downloads. Klicke also einfach auf diesen Button hier. Dann landen wir hier auf der Download-Seite. Du kannst dir das Ganze hier für macOS, Windows oder Linux installieren. Ich wähle jetzt hier einfach Windows aus. Dann klicke ich da drauf und dann startet automatisch schon der Download. Und wenn wir die heruntergeladene Datei geöffnet haben, dann werden wir von diesem Installer begrüßt. Hier haben wir jetzt zuerst einmal die Lizenzvereinbarung. Die akzeptieren wir einfach, indem wir auf Next klicken. Dann können wir sagen, wo wir Git installieren wollen. Ich wähle jetzt hier einfach den Standard-Pfad aus. Klicke auf Next. Dann steht bei mir, dass dieser Folder bereits verwendet wird, weil ich Git schon mal installiert hatte. Ich sage, dass ich diesen trotzdem wähle. Und dann soll ich hier Komponenten auswählen, die mit der Installation eben mit installiert werden sollen. Zuerst einmal, ich wähle hier Additional Icons aus, damit ich auch ein Desktop-Icon auf meinem Desktop eben habe. So ein Verknüpfungs-Icon. Dann kann ich hier auch noch sagen, dass ich täglich nach Updates suchen möchte mit den Windows-Updates. Das checke ich hier auch an. Und dann können wir hier noch andere Dinge auswählen. Die Standardeinstellungen lassen wir alle so, wie sie sind. Also das Einzige, was ich jetzt hier wähle, was ich extra noch ankreuze, ist wie gesagt dieses Additional Icons und dieses Check Daily for Git Windows Updates. So und dann klicke ich hier auf Next. Hier kann ich noch den Startmenü-Folder wählen, also den Startmenü-Ordner. Das lasse ich auch alles so, wie es ist. Klicke auf Next. Dann muss ich mir hier einen Texteditor für Git auswählen. Den Standard-Texteditor, den Git eben benutzt. Hier wird standardmäßig Vim verwendet. Das ist aber ein sehr komplizierter Texteditor meiner Meinung nach, der auch nicht so wirklich intuitiv ist. Ich wähle hier jetzt Visual Studio Code aus. Du kannst hier aus der Liste natürlich auch noch einen wählen, den du am liebsten verwendest. Aber für mich ist das Visual Studio Code. So, dann klicken wir auf Next. Hier müssen wir jetzt einstellen, wie Git den Hauptentwicklungszweig von einem neuen Git-Projekt immer standardmäßig nennt. Früher war das immer ganz klar, da hat man einfach gesagt, okay, der Hauptentwicklungszweig, der Default-Branch, war immer der sogenannte Master-Branch. Aber da dieser Name an die Sklavenhaltung erinnert und das Ganze nicht inklusiv ist, wurden da einige Stimmen laut, die gesagt haben, dass man das ändern sollte. Wenn du hier auf Let Git Design klickst, dann wird das Ganze aktuell noch Master genannt, dieser Hauptentwicklungszweig. Und in der Zukunft wird sich das Ganze dann verändern, weil das Git-Projekt auch hier schreibt, The Git-Projekt intends to change this default to a more inclusive name in the near future. Also auf Deutsch, das Git-Projekt versucht diesen Namen in der Zukunft, in der nahen Zukunft sogar, zu einem inklusiveren Namen zu ändern. Ich will jetzt hier einfach overwrite the Default-Branch name for new repositories und nennen das Ganze Main-Branch, denn viele, viele Entwickler-Teams in vielen Firmen haben das Ganze auch schon so umgestellt und nennen ihre Hauptentwicklungszweige nicht mehr Master-Branch, sondern Main-Branch. Ich finde auch persönlich, dass das besser klingt, weil das einfach ein bisschen aussagekräftiger ist. Und ja, in diesem Sinne klicke ich das Ganze jetzt auch an, nenne das Ganze Main. Du kannst es natürlich auch nennen, wie du möchtest. Du kannst auch sagen, dass du das so einstellst, wie das Git-Projekt das eben aktuell für richtig empfindet. Ich will jetzt aber hier in diesem Fall einfach override aus und nenne diesen Hauptentwicklungszweig immer den Main-Branch. So, dann klicke ich auf Next. Und hier müssen wir jetzt einstellen, wie wir Git von unserer Kommandozeile verwenden wollen. Wir können also hier zum Beispiel sagen, dass wir Git nur von der Git-Bash aus benutzen können wollen, die wir eben mit diesem Installer mit installieren. Oder wir können hier sagen, das ist auch das, was empfohlen wird, dass wir Git von der Kommandozeile und von Third-Party-Software aus benutzen können. Da wird dann eben eine minimale Änderung an unserer Path-Variable in Windows gemacht. Und wir können auch sagen, dass wir auch Git und optionale Unix-Tools von unserem Command-Prompt dann verwenden wollen. Da wird eben unsere Path-Variable dann so bearbeitet, dass da eben Git und noch optionale Unix-Tools eben hinzugefügt werden. Wir wählen jetzt aber hier einfach das aus, was recommended ist, also das empfohlene. Und zwar Git from the Command-Line and also from Third-Party-Software. In diesem Videokurs, also in dieser Tutorial-Reihe, benutzen wir auch nur diese Git-Bash, die mit installiert wird. So, dann klicken wir auf Next. Hier müssen wir jetzt unseren SSH-Client wählen, der eben von Git benutzt wird. Da wählen wir jetzt einfach die Standard-Einstellung Use Bundled Open SSH. Das wird nämlich mit dieser Installation mitgeliefert. Wenn du aber Putty verwenden möchtest für SSH-Aufgaben, dann wähle hier diese Option. Und dann gibt es eben noch diese Option, die letzte Use External Open SSH. Da benutzt du dann eben ein External Open SSH-Client. Und der wird eben nicht hier mit dieser Installation mit installiert, sondern der sucht das dann eben auf der Path-Variable. Also das machen wir jetzt hier nicht. Wir nehmen jetzt hier Use Bundled Open SSH und dann klicken wir auf Next. Hier müssen wir jetzt das HTTPS Transport Backend auswählen. Da nehmen wir einfach die Standard-Einstellung Open SSL. Wir können hier aber auch die native Windows Secure Channel Library nutzen. Wir wählen jetzt aber hier wie gesagt die Standard-Einstellung. Dann klicken wir auf Next. Hier müssen wir jetzt auswählen, wie Git mit Line Endings, also mit dem Ende einer Zeile in Textdateien umgehen soll. Das ist eben so, wenn du auf deiner Tastatur die Enter-Taste drückst, dann wird ein unsichtbarer Charakter in einer Textdatei angelegt, der eben ein Zeilenende repräsentieren soll. Und verschiedene Betriebssysteme handeln eben solche Zeilenenden immer anders. Und deswegen kann man hier das einstellen, wie diese Zeilenenden gehandelt werden sollen von Git. Wir wählen hier die Standard-Einstellung aus Checkout Windows Style, Commit Unix Style Line Endings. So, dann drücken wir auf Next. Jetzt müssen wir hier auswählen, welchen Terminal-Emulator die Git Bash verwenden soll. Wir haben hier zwei Optionen. Einmal die Standard-Einstellung Use MinTTY oder Use Windows Default Console Window. Weil MinTTY einfach mehr Features hat und die Arbeit damit besser ist, nehmen wir das. Du siehst hier in diesem Text dann auch noch diese verschiedenen Unterschiede gelistet. Darauf gehe ich jetzt hier nicht einzeln noch ein. Das würde den Rahmen sprengen. Aber wir wählen jetzt hier einfach MinTTY und klicken auf Next. Als nächstes müssen wir hier den Standard Behavior, also das Standardverhalten vom Befehl Git Pull einstellen. Wir haben hier drei Optionen und du weißt ja noch gar nicht, was Git Pull überhaupt für ein Befehl ist und was das macht. Ich erkläre es dir mal ganz einfach. Wenn du ein Remote Repository hast, also ein Git Repository, ein Git Projekt, das sich nicht auf deiner lokalen Maschine befindet und du die Daten von diesem Repository herunterladen möchtest und dein eigenes lokales Git Projekt mit diesen heruntergeladenen Daten aktualisieren möchtest, dann machst du einen Git Pull. Und ja, da wählen wir jetzt einfach hier dieses Default aus. Das ist einfach das Standardverhalten von diesem Befehl und dann klicken wir einfach auf Next. Dann müssen wir hier noch den Credential Helper hier einstellen. Dann nehmen wir einfach hier die Standardeinstellung wieder, den Git Credential Manager oder wir können auch einfach sagen, wir nehmen keinen, aber wir nehmen hier den Git Credential Manager, der als Standard schon angewählt ist und klicken dann auf Next. Jetzt können wir hier noch ein paar Extra-Funktionen einstellen. Das lassen wir aber auch so, wie es ist. Und zwar lassen wir hier einen Haken bei Enable File System Caching. Damit wird eben File System Caching aktiviert, was dafür sorgt, dass manche Operationen einfach schneller sind. Hier steht es auch, this provides a significant performance boost, was immer gut ist. Deswegen aktivieren wir das auch. Dann kann man auch noch Enable Symbolic Links hier anchecken. Das mache ich jetzt nicht, weil ich es nicht brauche, aber damit kann man eben dann Symbolic Links verwenden. Also symbolische Links, das ist sowas wie eine Verknüpfung im Grunde zu einer Datei. Brauchen wir jetzt eigentlich nicht, deswegen lasse ich es hier mal unangehakt. Dann klicken wir auf Next. Dann können wir hier eben noch ein paar experimentelle Features aktivieren oder deaktiviert lassen. Ich lasse solche experimentellen Features generell immer deaktiviert. Und dann klicke ich auf Install. Und jetzt wird das Ganze installiert. Wenn wir Git jetzt installiert haben und im Installer auch gesagt haben, dass wir einen Desktop Shortcut wollen, dann haben wir jetzt hier auf unserem Desktop diese Verknüpfung zu unserer Git Bash. Wenn wir diese doppelt klicken, dann öffnet sich hier dieses Terminal auch. Und ja, das wollen wir uns jetzt mal hier genauer angucken. Machen wir es doch einfach mal in den Vollbildmodus. Und dann machen wir den Text auch mal ein bisschen größer, indem wir die Steuerungstaste gedrückt halten und einfach das Mausrad scrollen. Dann wird das Ganze auch ein bisschen leserlicher. Und jetzt wollen wir hier zum Abschluss noch unseren Nutzernamen und unsere E-Mail konfigurieren. Der Benutzername und unsere E-Mail werden immer bei unseren Commits angezeigt. Sprich, wenn wir ein Commit machen, also eine Änderung an unserem Projekt vornehmen, dann steht bei diesem Commit immer dabei, dass wir das Ganze gemacht haben mit unserem Namen und auch unserer E-Mail-Adresse. Und deswegen wollen wir das direkt von Anfang an richtig einstellen, weil diese Informationen bei Commits, die können wir im Nachhinein dann auch nicht mehr verändern. Machen wir es also gleich richtig. Um unseren Benutzernamen zu verändern, schreiben wir einfach git config, dann minus minus global und dann schreiben wir, dass wir eben vom User den Namen verändern wollen. Und dann schreiben wir hier einfach in Anführungszeichen den Namen hin. In meinem Fall Janek Bruin. So, jetzt können wir uns diesen Namen auch einfach mal ausgeben lassen, indem wir einfach nur schreiben git config minus minus global user.name und dann steht da der richtige Benutzername. Und jetzt wollen wir noch die E-Mail einstellen. Dazu schreiben wir einfach wieder git config minus minus global, dann user.email und dann eben hier auch wieder in Anführungszeichen die E-Mail-Adresse. Ich schreibe hier jetzt einfach Beispiel at programmieren starten.de. Du kannst da aber deine richtige E-Mail-Adresse reinschreiben. Dann bestätige ich das mit Enter und lass mir das auch nochmal ausgeben. Git config minus minus global user.email So, und dann steht da auch diese E-Mail. Und damit haben wir jetzt eben unseren Usernamen und unsere E-Mail eingestellt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir dann im nächsten Tutorial damit weiter uns mal diese Git Bash hier genauer anzuschauen. Im nächsten Part wirst du also lernen, wie du hier richtig navigierst, wie du mit der Konsole arbeitest, denn diese Konsolen, die sind gerade für Neueinsteiger, die mit so einer Bash hier noch nie gearbeitet haben, immer ein bisschen verwirrend. Ich möchte dir also die Grundlagen von dieser Git Bash mal beibringen, damit du auch hier dich ordentlich zurecht findest und damit arbeiten kannst. Und dann werden wir tiefer in die Materie Git eintauchen. Zu guter Letzt möchte ich auch noch auf unsere Programmieren starten Premium-Mitgliedschaft hinweisen. In dieser hast du Zugriff zu all unseren Masterkursen, also zu unserem C Sharp, Java und Python Masterkurs, sowie auch zu den Fortsetzungskursen. In diesen Kursen sind Praxisprojekte, Übungsaufgaben und Zusammenfassungen enthalten. Außerdem hast du auch Zugriff zu unserem exklusiven Community-Forum, in welchem du dich mit anderen Programmier-Einsteigern austauschen kannst. Wenn das interessant klingt, dann klick mal auf den Link in der Videobeschreibung, da erfährst du mehr. In diesem Sinne war es das mit diesem Video. Wir sehen uns dann im nächsten Teil dieses Tutorials wieder. Und ja, bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Auf Wiedersehen.